Hey Freunde! FIX hier! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Fortnite-Bette-Royale-Folge zusammen mit Mexi und FIX! Hallo Mexi! Leute! Oh mein Gott! Was passiert? Das Dream Team ist wieder zurück, Junge! Let's go, man! FIX, was machen wir, Bro? Wir machen heute die only... Ah, ne. Die ohne... Verdammt, ich weiß es nicht! Wir spielen heute ohne Schild, du weißt Bescheid! Ich weiß, was wir machen. Okay, gut. Ich hab ein Schaden gegeben bei dir. Oh mein Gott, bei mir ist jemand... Du holst ihn aber. Ja, ja. Ich bin scheiße. Oh mein Gott, ich war runter. Ich hab vier Schüsse gemisst, aber ich hab ihn jetzt gewonshottet. Da ist jemand. Crack! Nice, let's go! Easy. Wir benutzen heute kein Schild. Also, äh... Auch keine Fässer, wo wir Schild von bekommen und wir dürfen sozusagen nur grüne Heilung benutzen. Wenn ihr die Challenge feiert, lass unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ja! Denken an den Supporter-Credit-Code fixen. Ein Itemshop eingeben und warum bist du schon wieder tot? Wo ist der? Hier kommt drunter, der ist low. Ich hab nur ne Shotgun. Ey, warte, warte, ich drop dich, drop dich. Warte, ich misch mich ein. Die sind so hart am Fighten. Oh, der hat noch Schild. Niemals. Nick, willst du mich reviven? Niemals. Wo bist du? Im Haus. Ich komm. Hallo mein Freund. Wieso hab ich eigentlich die Waffen weggeschmissen? Ich wollte eigentlich das Schild wegschmeißen. Warte, warte, warte. Verdammt. Egal, ich zieh einfach durch. Scheiß drauf. Ich wollte dich ja hinten in die Ecke schmeißen. Egal, jetzt hab ich gefühlt mehr Leben als davor. Boah, alles gut, war alles geplant. Der einer ist neben uns im Haus, ne? Close. Der guckt, der piekt. Der hat uns gesehen. Oh, Bruder Chill. Ich bin auf dem Dach. Ich hab ihn gecrackt. Lass den pushen gehen. 23 weit. Das sind zwei Leute. Ich geh auch aufs Auto. Oh mein Gott. Ich hab 30 AP, ist der Kacke. Hab ihn down, let's go. Sind die Kacke. Dogshit, Dogshit. Die schämen sich auch nicht so schlecht, wie die sind. Wir hatten halt wirklich Kackwaffen. Alter, ich kann nicht von dir Spray kaufen. Du darfst dich aber nicht engagieren, ne? Nee, nee, ich hab einen Wettkick geholt und Spray. Ich kauf mir auch einen Spray. Danke. Leute, wenn ihr unbedingt wollt, dass Maxi mal wieder öfter hier in Fortnite reinschaut, müsst ihr den Like-Button erstmal zum Platzen bringen, okay? Damit der Kumpel mal wieder mehr Fortnite spielt. Hallo, wir vermissen dich, Maxi. Echt jetzt? Schreibt mir mal in die Kommentare, wir vermissen dich, Maxi. Ist doch so. Oh, warte, 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 warte. 20? 70? What? Glaub ich, oder so? Na ja, rein da, rein da, rein da. Hast du ihn geholt? Den kennen wir nicht. Der geht hoch. Der geht hoch. Oh, versuche ich in der Luft abzuschießen. Ich hab keinen Schuss, hier vorne. Der ist Nock, oder? Nee. Hast du ihn Nock? Nee. FIX, wird abgeschossen. FIX, ich bin, oh mein Gott, ich bin der 1 AP. Nee. Andere Seite beim Haus kommt auch jemand. Welche Seite? Ich bin hinterm Stein, ich bin safe hier gerade. Von wo? Katze Ping? Von da hinten kam einer und von da ist einer. Der kommt jetzt mal näher. Ah ja, ich seh ihn. Ich kann glaube ich ins Haus krabbeln. Kannst du? Ja, ich bin drin. Nice. Geh mal in den Pferdestall, wo du hingehörst. Naja, bei der Pferdekacke, da fühl ich mich wohl. Der zieht durch. Das ist das Lama. Hier ist jemand close bei uns. Echt jetzt? Der ist richtig close. Vielleicht kommt der hier rein. Er ist auf dem Dach. Wir warten, oder? Er ist runtergesprungen. Wollen wir ihn pushen? Ja. Über außen. Hat Hits. Nice, ist down. Ich geh auf Dach für... Ah, der ist auf der anderen Seite. Kommt der rein? Ich komm runter. Andere Seite. 19. 37. Er explodiert. Let's go! Easy, easy on play. Dog shit, dog shit. Das ist ein Macherteam, ne? Ohne scheiß Dog shit. Was das denn? Das ist ein neues Item. Ist gut? Warte, Gegner? Ja. Ich geh aufs Dach. Die sind hinten. Ja, ich seh schon, die fahren aber weg. Pussis. Ich glaub die haben... Oh, noch ein Team, noch ein Team. Schön. Oh mein Gott, gelasert. Der andere ist hier. Wollen wir hin? Ja. 3, 2, 1, spring! Woohoo, baby! 50? Ist auf deiner Seite? Jaaaa! Ich hab ihn nie natürlich gelassen. Wir sind so ein Macherteam, ne? Ich sag's wie es ist. Diese Gravelhook-Dings, ist das gut? Geht, ja. Ist wie der Spider-Man-Grabbler. Ist das der Sniper? Der Revolver? Ja, der Revolver ist der Sniper. Wir müssen echt aufpassen, dass wir auf Long Range immer gehen, ne? Ja. Ich hab eine AR. Die passt, glaub ich. Willst du die hier? Ja, dann muss ich einen spray liegen lassen, ne? Ja, aber Movement auch wichtig. Auch wahr. Ich hab zwei Impulse. Du kannst auch zwei Impulse haben, dann tauschen wir. Nee, nee, alles gut. Ich will das wissen. Ja, ich nehm das auch mit. Scheiß auf den Puls. Das ist cool. Wir haben acht Kids. Wir haben an links sind Schüsse. Hier vorne. Ja. Ah, ich seh den. Der ist beim Wasserfall runter geflogen. Da steht einer. Siehst ihn? Ne, noch nicht. Oh, der macht Kamehameha. Oder sowas in die Richtung. Crack. 21 wide, 21 wide. 25 wide. Down. Let's go. Sein Teammate ist, glaub ich, unten drunter. Da kommen welche aus der Zone. Komm mal. Hab 81 gegeben. Der ist hier drüben runter. Ah, die müssten noch relativ close hier unter uns liegen. Da ist einer auf dem Baum. Hinter und Zipline. Da oben. Ja. Und unten. Da unten sind zwei, glaub ich. Wo seid ihr, kleinen Schweinchen? Da. Ja, den hab ich ge- Cracked down. Let's go. Wir sind solche Macher. Du musst auch aufpassen, dass du nicht das aus Versehen Perk nimmst. Naja, ich achte schon darauf. Weil sonst haben wir Challenge verloren. Hier unten ist Loot. 140. Nice. Ich mach den Baum kaputt. Knock. Sehr schön. Ich schieße in seinen Arsch rein, okay? Geil. Oh, das gefällt ihm richtig gut, hat er gesagt. Sein Teammate müsste hier irgendwo sein. Wo ist der hängig krabbelt? Hey, du Schwein. Hier ist ein Teammate. Hits, Crack. Oh, du hast doch mit mich gesenkt. Ich hab einfach geile Sniper-Aim so, weißt du? Schau, hier ist das neue Kamehameha. Kennst du das schon? Ich hab nicht mehr das alte benutzt, also. Schau, so schaut das aus. Kamehamehameh. Das ähnelt eher einer Genki-Dama, wenn ich ehrlich. Kommst du mir? Oh, oben sind welche, ne? Da war ein Schüssel in deine Richtung. Ja, ich guck gerade ein bisschen. Irgendwo da vorne. Da ist ein Punkt. Aber ich seh nicht. Da hinten, Mexi. Mach die Augen auf. Die schützen da. Komm, wir gehen ein bisschen in die Richtung, okay? Ich hab noch ein Spray mit 145. Das wird schon reichen, ne? Wird sich vielleicht nicht hochspray ein bisschen. Oh, ich bin ja fast tot. Warte, ich ess lieber hier nen Fisch. Zack. Okay, von den Waffen her bin ich eigentlich relativ gut aufgestellt. Ich auch, ich auch. Kann man auf jeden Fall nicht meckern hier. Wir müssen jetzt taktisch spielen und smart. Wir wollen gewinnen. Mhm. Und natürlich ist das unsere erste Runde. Und die erste Runde will man natürlich mit einem Sieg beenden. So ist das. Ich mach immer meine erste Runde mit einem Sieg. Und dann verliere ich mit Absicht. Ja, noch nie anders. Ja, ja. Boah, wir bräuchten eigentlich noch Bunker oder so, ne? Bunker? Ja, dass wir ein bisschen Deckung haben. Aber wir können nicht so viele Shots tanken leider. Wir können gar nichts tanken. Wollen wir ein Auto nehmen? Ja, let's go. Hier wurde gar nicht gelootet. Überlegt mal. Das ist unser Main-Spot eigentlich. Oben drauf? Oder sind wir oben drauf? Oh, oben drauf. Wollen wir links aufs Haus drauf gehen? Ja. Ich pack Auto hier aufs Süß. Okay. Ich geh mit der Zip-Line hoch. Ja, ist das. Ich geh mit der andere Seite zu der Zip-Line. Das kriegt dann Fallscher, ne? Ne. Wenn oben einer launcht irgendwo. Sind die noch da? Was? Die gehen drüben mit der Zip-Line. Entweder runter oder hoch. Ja, oben. Oben drauf. Oben drauf. Headshot. Oh mein Gott. Hast du ihn? Hast du ihn wirklich? Du bist so ein Macher. Da drüben. Da drüben. Oben. Wer hittet? Ja, Junge. Du kannst nix. Hast du ihn down? Du hast ihn gedown oder nicht? Ne, ich hab ihn nicht gedown. Der lebt noch. Er steht da noch. 70er? 20er? Kleines. Oh mein Gott. Ich bin voll. Der hat mich, der hat mich. Pass auf. Komm runter. Komm runter. Die werden pushen. Oh mein Gott. Die haben gefinished. Oh mein Gott. Nimm mal eine Karte. Bitte weg sie. Bevor du abhaust. Ah, du bist du. Du hast schon. Alles gut. Hab ich schon. Ich bin auf dem Weg. Mal her. Da vorne läuft einer. Aber egal. Du bist ein Macher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du musst durchziehen. Nimm deinen Schwinger. Nimm deinen Schwinger. Nimm deinen Schwinger. Glaub ich. Die können dich nämlich ins Auto hitten. Mit der Scheiße. Ja, die haben aber scheiße. Stimmt auch wieder. Dann kannst du mich jetzt mal wieder beleben, ey. Das dauert ja fünf Stunden mit dir. Bin dabei, Bro. Kann ja nicht wahr sein, ey. Ich hätt mich nach hinten setzen sollen. Du kriegst so aufs Schnauze. Ey, das hast du gewöhnt? Ach ne, doch nicht. Ah, cool. Bounty auch noch auf mich, ne. Oh mein Gott. Da ist jemand. Da sind zwei. Oh mein Gott. Es klappt. Flea, Maxi. Ja. Du bist Macher. Ich komm in dein Auto rein gleich. Ist er mit drin? Ja. Okay. Ich hau ab. Kannst du jetzt einfach weiterfahren? Auto ist kaputt. Nein, 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 nein. Bitte nicht sterben, Max. Fix, ich bin hinter dir. Bist du hinter mir? Ja, Bro. Guck mich an. Ich bin Tartan. Wie hab ich das gemacht? Ich weiß es auch nicht. Warte, ich schnapp mir nur hier. Zack. Mit einem Pump. So, jetzt werden sie geschittet, Alter. Oh, jetzt werden die so geschittet. Die kleinen Schweine. Was denken die eigentlich, wer die sind, weißt du? Stören uns hier beim Re-Wifen und dann sowas. Da ist einer. Irgendwo. Ja, sehen. Oh, out of random distance leider. Hier. Ah. 66 cracked. Oh, so. Ja, out of random distance. Oh mein Gott, so. Wenn man bei diesen Schwingdingern abgeschossen wird. Dann fällst du runter und kriegst Volldamage. Okay. Ich hab mir noch ein paar. Ich hab ein bisschen Angst hier. Ja, fahren wir nämlich weiter. Alles gut. Ja. Besser ist es. Rechts von uns schwingt jemand. Oh, der ist close vor uns. Zwei Stück vor uns. Richtig schießen. Na ja. Oh, das kam ja mehr durchgezogen. 153. 153 auf den. Da sind zwei. Zwei Teams. Einer cracked. Knock. Hast du den Knock? Nice. Ja, ja. Da ist noch einer. Der ist, glaube ich, hinter dem Stein. Hinter dem Stein. Let's go. Und von rechts haben die geschossen. Ja. 70 auf den einen. 70 auf den Linken. Crack. Links hat von mir auch 70 bekommen. Absolut one. Close. Oh mein Gott. Hier ist da jemand. Maxi, hau ab. Ja, ich versuch's. Der wird auch von jemand anders abgeschossen. Nein. Ah. Platz 6. Hätt's nicht reingehen dürfen. Fuck, man. Wir sind in der zweiten Runde. Let's go. Ja. Das heißt. Ey, guck, die kommen super viele hin. Oh mein Gott. Jetzt ganz viele schnelle Kills machen. Win, win, win. Und dann die Runde gewinnen. Okay? Ich lande in dem großen Haus. Oh mein Gott. Fix, bei mir ist einer los. Ist einer los. Der ist hier. Der ist auf der Treppe. Auf der Treppe. Ja, ich seh. Ja. Ja. Haben wir tot? Let's go. Ja, ja. Ich bin noch einer. Du bist so ein Maker. Macher, kein Lacher. So neblich. Oh Mann, jetzt bist du tot, Maxi. Pff. Okay, scheiß drauf. Ich geh revifen. Digga, die nächste Wurst. Ich hab immer ein paar Headshots. Der hätt's durchziehen müssen. Ich geh drauf, Alter. Scheiß drauf, Maxi. Revifen kann ich auch noch, wenn ich tot bin. So. Respekt, Bro. Respekt. Glaubst du, da lebt noch jemand? Ja. Du musst doch nicht revifen. Ich weiß, du brauchst das. Du brauchst die Action da vor Ort. Ja, weil da hinten lebt hundertprozentig jemand. Überlegen aber... Hier rebooten ist der Tode schwer, ne? Ohne Auto. Ah, ich hab den Bunker. Was heißt, Try'n? Yolo. I got you, mate. Willkommen zurück in Fortnite. Daumen drücken. Da wird schon keiner kommen. Nice, Maxi. Willkommen zurück. Alter, ich hab einfach komplett die City gecleared. Ist mir grad aufgefallen. Komplett, wirklich. Alle. Nein. Was denn? Ich hab nen Perk genommen, wo ich Schild bekomm, wenn ich jemanden kill, glaub ich. Echt jetzt? Was gibt es? Erhält Konditionen oder Schilde bei Eliminierung mit gewöhnlichen Waffen. Ich sag mal so, es zählt ja trotzdem als No-Heel-Challenge. Ich mach ja... Ich nehm ja keine Schilder, oder? Ja, ähm... Dreh und wende es wie du willst. Ja, ungefähr so. Ich versuch einfach keine Kills zu machen. Ich brauch schnell lila ne Waffen oder blaue. Welche Farbe hat dein Revolver? Blau. Wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Scheiße, jetzt hab ich noch so nen Ding genommen. Hast du nen Perk jetzt mit blauen und lilan machen? Ne, scheiße. Ich darf auch nicht ins Wasser, weil da krieg ich auch Schild. Hä, bist du so? Ey, ich hab keine Ahnung. Ich hab kein Gold zum Re-Rollen. Ich hab einfach irgendwas geklinkt. Wow. Die Challenge in der Challenge, weißt du? Ich merk schon. Tut mir leid. Eigentlich wollte ich dann nur deinen blauen Revolver grabben. Von daher, alles richtig gemacht. Wollen wir mit Lama riften? Ja, let's do das. Wow, es leuchtet ja voll. Hallo. Hallo, Lama. Wollen wir dann zur Insel gleich hoch? Können wir auch, ja? Sorry. Weeeee. Okay, wir kommen vielleicht direkt zur Insel. Ja. Ja, komm hier oben direkt. Ich glaub wir brauchen noch... Boah, es wird close. Es wird close. Ich glaub ich komm oben drauf. Ne, du schaffst nicht. Das sieht man mal, wer der bessere Spieler ist, ne? Du Arsch! Ja, was denn? Du hast recht. Kenn ich nicht. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. 120 Headshot. Oh, nochmal 120 Headshot. Wow. Da ist ein Möd. Da, da, da. 70 auf die Banane. Oh, 120. Oh, 80, 90 auf die Banane. Da hinten ist einer noch. Wollen wir den killen? Ah, die kommt wieder hoch. Die kommt wieder hoch. Ja, ich glaub ich krieg meinen Finish eh nicht mehr. Ja. Ja, die ziehen durch. Die Bananen sind da noch. Ja. Ein bisschen mehr Rückendeckung von oben. Einer Crack. Einer Crack. Der hintere. Der Makamea mehr auf mich. Schieß auf ihn. Wo denn? Oh. Hier die Banane. Aber links von mir ist auch einer. Oh, der Bananen sind klein. Ich hab einen Headshot gegeben. Let's go. Soll ich auf Finish gehen? Hab ihn. Wichtig. Wieso, dass ich die Gegner auch sehen kann, ne? Ja. Banane Crack. Tod. Sehr geil. Komm wieder zurück zu dir. Ja, aber bei mir sind welche auf dem Körper in der Nähe. Ich dachte, ich halt mal einfach High-Groans hier. Ja, wichtig. Wir sind einfach ein gutes Team, Mann. Neben noch acht andere. Wir können jetzt High-Groans bleiben. Ich würde einfach so lange oben bleiben, bis wir halt... Weißt du, wir winnen? Ja, safe. Wir machen hier den Win, Alter. Ohne ein Schild angefasst zu haben. Als Duo. Da, da, da. 70. Cracked. White. Irgendwo hinterm Baum. Hier. Hab ihn. Sehr geil. Wichtig. Ja, du machst die Runde hier wirklich alleine heute. Freunde, wenn ihr eine Only-Revolver-Challenge mit mir und Maxi mal sehen wollt, lass unbedingt einen Daumen nach oben da. Dann müssen wir das eigentlich mal durchfetzen, ne? Und wer hier mehr Revolver-Kills schafft in der Runde. Wir müssen saunen, ne? Wollen wir hier oben landen? Super. Ah, ist nicht in Zone, leider. Weeeee. Wir können hier landen. Das ist in Zone. Ja, okay. Ah, fick. Oh mein Gott, ich hab auch verkackt. Aber ich kann hochgrabbeln. Ich nicht, aber ich bin oben. Ich mach eine Festung hin, ne? Ja. 70 auf den. Cracked. Hab ihn noch? Sehr gut. Hast du ihn down? Ja, da hinten ist einer. Ich hab ihn anders abgeschossen. Der läuft hin? Ja. Ich hab ihn. Mach hinter uns. 90, 90. Vorsicht. 90 nochmal. Oh mein Gott, wunderschön. Die letzten zwei. Wo sind die? Ich weiß nicht. Unten beim Haus? Unten beim Haus? Ja, close. Close, close, close. Special, special. Ja, 90. Cracked. Den hier, den hier. Cracked. Down. Finale. Der ist unten. Der ist unten. Beim Haus? Komm, den machen wir mit Revolver, Mexi. Der kann gar nix. Komm, du Lacher. Da. Ja. 90. 90. Oh, warte. Ich mach Trickshot. für Fortnite. Oh nein, der hat mich. Oh, fix. Der ist los. Ja, ich auch. Der reviviert seinen Freund. Echt jetzt? Ja. Hast du was? Dann kann ich zu ihm hochgehen. Du hast... Movement, ja. Oh, ist das kacke. Da, 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 da ist er. Oh mein Gott, der hat nen Slurp drin. Der fände ich mich. Nein. Ja. Oh mein Gott, du willst unbedingt mit Revolver, ne? Ja. Der macht kaum mehr mehr. Na, machen. Loser, ne? Ich hab so viel Schadenbein gemacht. Oh mein Gott, ich sterbe. Nein. Loser, mein Hund. Oh. Hey. Wo ist der hin? Der ist immer noch unten. Der ist immer noch vorne gewesen. Na. Ich hatte kein Leben, Richter. Frohe Life alles. Mach doch noch Loser, ne? Ich hab so viel Schadenbein gemacht. Ich hasse ihn. Freunde. Wenn euch diese klein aber feine Challenge gefallen hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video mit Maxi. Tschüss. Du musst Tschüss sagen. Ciao, ciao. Ich hab's annotiert. Ciao, ciao. Ciao, ciao. stacking